Was macht das Ganze denn für viele auch so schwierig? Was ist deiner Meinung nach für dich da so der Key, der Schlüssel? Der Schlüssel ist... Heute eine weitere Folge von unserem Podcast-Format Immolution vom Makler für den Makler. Diesmal ein sehr spezieller und auch anderer Gast und zwar die liebe Mary aus Stuttgart. Dementsprechend, ich übergebe dir mal einfach sofort das Wort und hier die Frage oder für die Zuschauer, die sich das anschauen, erstmal, dass du dich kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Hatte ich eben schon erwähnt, aber was ist so dein Gebiet, in dem du dich bewegst? Genau, schieß einfach mal los. Ja, hi erstmal. Schön, dass ich heute da sein kann. Mein Name ist Mary Krasnitschi. Ich bin 32 Jahre jung und die Geschäftsinhaberin und Gründerin der Firma Pro Estate Stuttgart. Wie es der Name schon sagt, der Firma, bin ich im Stuttgarter Raum tätig. Genauer gesagt befindet sich unser Büro direkt im Stuttgarter Osten. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren in der Immobilienbranche, hatte erstmal Immobilienwirtschaft studiert und viele Jahre für ein Maklerhaus in Stuttgart gearbeitet. Und vor drei Jahren habe ich mich dann in die Selbstständigkeit begeben. Aktuell befinden wir uns in Firmenaufbau, Firmenwachstum. Jetzt weiß ich natürlich schon ein bisschen mehr über dich als die Zuschauer jetzt, um die Fragen auch ein bisschen gezielter stellen zu können. Es war ja jetzt nicht immer so, dass du quasi in die Selbstständigkeit reingeboren wurdest und von Anfang an den Weg so bestritten hast, sondern du warst vorher angestellt als Maklerin. Da wollen wir jetzt aber nicht so tief drauf eingehen, auf das Angestellten-Thema. Vielleicht ein, zwei Sätze kannst du dazu verlieren. Aber was war für dich damals der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich mache mich selbstständig und ziehe das Ding alleine durch? Also ich habe sehr schnell festgestellt, obwohl ich in dem, was ich als Angestellte getan habe, sehr, sehr gut war, auch sehr gut verdient habe, überdurchschnittlich verdient habe, habe ich festgestellt, dass ich mich selber als Creator sehe. Das heißt, es war für mich nicht genug, einfach nur Immobilien zu akquirieren und zu verkaufen, sondern ich hatte eine wirkliche Vision, wie ich mir mein Unternehmen ganz konkret vorstelle, was ich wirklich für Werte kommunizieren, transportieren möchte und welche Werte ich für Eigentümer und für Kaufsuchende schaffen möchte. Und aus meiner Sicht war dies einfach nur möglich, wenn ich mich selbstständig mache. Du hast gerade ein sehr cooles Wort angesprochen. Also ich finde, das ist ein sehr wichtiges Wort und zwar Creation, kreieren, was ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch von der Selbstständigkeit ist, immer wieder Dinge neu zu erschaffen und neu zu kreieren. Was hat das für dich für einen Stellenwert in deinem laufenden Business auch? Also für mich den Stellenwert überhaupt. Ich sehe es genauso wie du. Creation bedeutet für mich, dass ich wirklich nicht nur immer aus meiner Sicht kreiere, sondern eine Situation aus verschiedenartigen Perspektiven auch betrachte. Das heißt, was kreiere ich, klar, auch für mich und das Unternehmen, aber auch was kann ich für den Kunden erschaffen? Warum soll der Kunde sich ausgerechnet auf meine Creations fokussieren? Was für einen Mehrwert biete ich ihm? Und das bedeutet für mich auch, Lösungen zu kreieren, es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen und dass Kunden, die mit mir zusammengearbeitet haben, jederzeit, wenn es wieder um Immobilien geht, zu mir kommen und mich eben weiterempfehlen. Und das geht nur, wenn der Kunde wirklich spürt, dass man selber nicht abgeneigt ist, davon immer wieder neu sich zu erschaffen, immer einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und niemals aufzuhören, quasi sich weiterzuentwickeln. Das gehört für mich auch zu Creation dazu, sich selber immer wieder neu zu erschaffen. Was natürlich jetzt auch damit einhergeht, das Thema kreieren, jetzt auch vor allem auf den Kunden bezogen, vor allem auch mehr liefern, als der Kunde erwartet. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Das siehst du wahrscheinlich genauso, oder? Genau, richtig. Also ich halte nichts von Maklern oder auch anderen Berufstätigen, die einfach nur immer versuchen, so das Mindeste abzuliefern, dass der Kunde jetzt nicht vielleicht berauscht ist, aber auch nicht unbedingt was dagegen sagen kann, sondern ich bin wirklich dafür, dass man den Kunden begeistern muss. Es sind keine Kunden, es sind Fans, die letztendlich entstehen müssen nach einer Zusammenarbeit. Was würdest du denn sagen, was macht das Ganze denn für viele auch so schwierig, wiederum Dinge zu kreieren und es eben sichtbar besser und sichtbar anders zu machen, als es alle anderen tun? Weil der Wettbewerb ist ja auch nicht klein. Genau, also ich denke, der Fehler vieler Makler ist, dass sie geldgetrieben sind. Die Branche hat ja auch diesen Ruf. Und der kommt auch nicht von irgendwo her. Die meisten sind einfach geldgetrieben und die sind nicht passionsgesteuert. Das heißt, Immobilien bedeuten für sie keine Leidenschaft. Menschen sind für sie keine Leidenschaft. Das heißt, von vornherein sind sie eher so, dass sie sagen, oh Gott, die kriegen irgendwie, auf gut Deutsch, das Kuddelmuddelverkauf irgendwie gelotst. Aber es ist kein System dahinter. Es ist keine Leidenschaft dahinter. Es ist, sie stellen sich einfach auch nicht gerne Problemen. Und dadurch, dass die Probleme dann quasi immer nicht etwas darstellen, wie so eine Hürde, die man bewältigen kann, überspringen kann, zum nächsten Step gehen kann, bildet sich da einfach so eine Mauer, die zwischen Erfolg und dem, was man erschaffen möchte, einfach stehen. Was wir ja jetzt schon erkennen konnten, ist, dass bei dir ganz hohen Stellenwert hat, dem Kunden wirklich im Mittelpunkt zu sehen, mehr liefern, als der Kunde erwartet. Den Kunden richtig zu überraschen. Okay, das ist, denke ich, das ist ein Statement, das hat sehr gut auf den Punkt gebracht. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass es neben dem Thema kreieren, die Erwartungen zu übertreffen, ja auch noch einige wichtige andere Aspekte gibt, die man beachten muss, um auch den Weg Richtung Erfolg zu machen, weil jeder hat natürlich auch irgendwo den Anspruch, das, was er macht, gut und erfolgreich zu machen. Was ist dir außerdem sehr, sehr wichtig? Wichtig ist für mich, dass man wirklich Disziplin an den Tag bringt, als Makler. Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, was Erfolg angeht. Beispielsweise, machen wir ein Beispiel, dass das greifbar ist. Disziplin bedeutet für mich, dass ich immer zur gleichen Uhrzeit meinen Tag beginne. Das heißt, da sage ich nicht, oh, heute fange ich mal zwei Stunden später an. Routine beispielsweise. Oder sonst was, sondern wirklich eine ganz klare Routine, die schon immer funktioniert hat und von der ich einfach weiß, damit fahre ich den besten Weg, damit bin ich effizient, damit spare ich dem Kunden Zeit, damit liefere ich schnellstmöglich, bestmöglich ab. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch dieses sich in den Kunden reinversetzen, ganz genau schauen, was sind die Pain Points des Kundens. Ich will da ganz kurz einhaken, weil Thema Disziplin, das hat ja auch nicht nur mit Tagesroutine oder im Alltag, sondern was ich auch ganz oft höre, ich weiß nicht, ob du mir das bestätigen kannst, ist auch vor allem die Disziplin, bei der Akquise beispielsweise. Also, ob man jetzt eine Flyer-Aktion halt einmal macht und dann merkt, funktioniert nicht, ich lasse es mal sein. Oder ob man halt dranbleibt und optimiert, bis es dann funktioniert und auch wirklich tatsächlich kontinuierlich auch diese Flyer verschickt. Das ist ja nicht nur auf Tagesroutine bezogen. Siehst du das genauso? Genau, also darauf wäre ich auch gekommen. Bei dem Makler geht es nicht darum, dass eine Sache mal gemacht wird, sondern immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen werden und langfristig diese ganzen Aktionen auch ausprobiert werden, versucht werden, dass man dranbleibt und dass man einfach den starken Willen hat, um niemals aufzugeben. Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass du natürlich auch Herausforderungen hast, wie jeder andere, denke ich auch. Was würdest du, weil du hast sogar im Intro im Eingang gesagt, dass du gerade in dieser Wachstumsphase bist, da haben wahrscheinlich auch Mitarbeiter mitzutun, Mitarbeiterwachstum. Was sind denn aktuell deine Herausforderungen, die du dich stellen musst? Genau, also Herausforderungen, denen ich mich täglich stelle, ist natürlich zum einen die Immobilienbranche insgesamt, die Maklerbranche, die leider natürlich auch einen Überhang an nicht ganz so guten Maklern da, die dann auch den Ruf der guten Makler auch beeinflussen und dadurch hat man einen deutlich größeren Widerstand, auch in der Überzeugung der Kunden, dass man einfach sagt, hey, ich liefer wirklich ab, ich halte das ein, was ich meinem Kunden verspreche und wenn ich dir 100% verspreche, dann bekommst du 300% von mir Kunde. Das muss man dann halt noch mehr gegen diesen Widerstand, da muss man noch mehr ankämpfen. Was die Mitarbeiterfindung angeht, finde ich es natürlich auch da relativ schwierig in Deutschland gute Fachkräfte zu finden. Das heißt, der Maklerberuf an sich ist ja auch nicht, sage ich jetzt mal, gesichert in Deutschland. Das ist kein gesicherter Titel. Jeder darf sich theoretisch Makler schimpfen, sobald er seinen 34C hat oder irgendwo bei einem Makler angestellt ist. Aber dieses fundierte Know-how, das fehlt ganz, ganz oft. Und ich bin fest überzeugt davon, dass die Branche nur eine Entwicklung erleben kann, wenn auch wirklich immer mehr richtig fundiert ausgebildete Makler den Markt betreten und auch voller Leidenschaft ihren Job machen. Das ist auf jeden Fall ein sehr nachvollziehbarer Punkt, definitiv. Jetzt ganz kurz zu der ersten Antwort, die du gegeben hattest, zurückzukommen, also sich auch durchzusetzen im Wettbewerb, dass halt auch viel Makler mit gefährlichem Halbwissen da draußen rumtouren, die da das Ganze auch schwieriger machen im Durchsetzen. Hast du da denn so für dich ein Erfolgsrezept gefunden? Klar, die perfekte Matrix machst du so, die gibt es halt nicht. Genau. Aber was ist deiner Meinung nach für dich da so der Key, der Schlüssel, um das zu lösen? Der Schlüssel ist Ehrlichkeit und Authentizität. Das bedeutet, auch wenn ich weiß, dass 20 andere Makler mit mir gerade um ein Objekt buhlen, dass ich keine falschen Preise aufrufe, nur um mir den Maklervertrag zu sichern, sondern dass man da wirklich sagt, nur wer am Anfang nicht manipuliert und die Karten auf den Tisch legt, der kann von Anfang bis Ende den Kunden sauber betreuen und kann wirklich zu einem super Endergebnis führen. Und Ehrlichkeit, dass man einfach der Mensch ist, der man wirklich ist, dass man so betreut, wie man auch betreut werden wollen würde als Laie. In der Regel verkaufen ja Menschen vielleicht ein, zwei Mal in ihrem Leben eine Immobilie oder kaufen ein, zwei Mal, das ist der Regelfall, ausgenommen von Investoren oder Ähnlichem und dass man diesen Kunden einfach zeigt, hey, ich bin loyal an deiner Seite, ich bin ehrlich, ich bin authentisch und ich mache dir nichts vor, damit du dich für mich entscheidest. Du musst dich für mich als Menschen entscheiden, denn wir sind ab heute, wenn wir miteinander ein Objekt verkaufen, wir sind keine Gegner, sondern wir sind ein Team, ein eingespieltes Team. Ich habe dir einfach Informationen zu erbringen, wie läuft es gerade, was machen wir gerade, was sind die To-Dos, das heißt, da wirklich Transparenz reinzubringen, dass der Kunde wirklich weiß, hey, der Makler, das ist nicht der Türaufschließer oder sonst was, sondern der macht so viel. Also das ist wirklich dieses Eisbergprinzip. Der Kunde sieht einfach nur den oberen Schipzteil, der über Wasser ist, genau, und sagt, ach ja, da war der Makler da und dann war plötzlich der Notartermin, aber da gilt es auch mal dem Kunden zu sagen, Kunde, nein, das ist nicht unser Job. Unser Job ist viel, viel weitreichender und eine Immobilie ist so etwas Kostbares, in der Regel das Kostbarste, was Menschen überhaupt besitzen, da bedarf es einfach ein voll systematisches, klares, transparentes System und das ist für mich, habe ich einfach festgestellt, dass es bei den Kunden sehr, sehr gut ankommt, dass sich da auch wirklich so ein Wandel ergibt, dass der Kunde plötzlich merkt, boah, ein Makler, ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich für einen entschieden habe, ich kann das nur weiterempfehlen, ich würde keinem Laien mehr empfehlen, die Immobilie selber zu verkaufen. Hat das ja aber auch sehr, sehr viel mit persönlichen Eigenschaften und Sichtweisen zu tun, eben auch moralischer, ethischer Herkunft, ja, wie du gesagt hast, Ehrlichkeit, Offenheit und auch wirklich transparent zu sein. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch so ein bisschen den fachlichen Part bezogen auf die Art und Weise, wie man es kommuniziert, also man könnte es jetzt verkaufen nennen, weil der Wareverkauf beim Immobilienmakler ist ja eigentlich der Einkauf, also die Objekte dann auch, den Alleinauftrag zu bekommen. Wie wichtig siehst du da auch die Balance zwischen den Fähigkeiten in der Kommunikation dessen, wofür du stehst? Also ich denke, dass in der Hinsicht, dass es richtig ist, dass der Einkauf natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielt, aber umso mehr sind genau in diesem Bereich ja diese Informationen und diese Transparenz notwendig. Und wenn ein Kunde, der vielleicht die Tätigkeit eines Maklers, den Umfang, die einzelnen Leistungen gar nicht auf dem Trichter hat, wenn man sich da hinsetzt und ihm wirklich in einem halbstündigen, 45-minütigen Gespräch einfach erklären kann, hey, das sind meine Aufgaben A, B, C, D, E, F, G, das ist alles klar durchgeplant. Es gibt für jeden Posten eine Person, die das super hinbekommt und da das Beste rauszuholen, dann fühlt sich der Kunde sehr, sehr sicher. Das heißt, es bleiben keine Fragen offen und ein Kunde, dem man alle Fragen beantworten kann und ihm auch eine Sicherheit geben kann, dass man das super ausführen wird und deutlich besser als er, da hat der Makler dann eigentlich viel, viel bessere Chancen, diesen Kunden von sich zu überzeugen und ich denke, da geht es nicht nur um diese Verkaufsskills, da geht ja auch viel rum, dass man da irgendwie irgendwelche auswendig gelernten Verkaufsgespräche oder auch richtige Verhandlungstechniken und sonst was, aber ich denke, auch da geht es noch viel, viel mehr, selbst wenn man vielleicht nicht der allerbeste Sprecher ist, sondern wenn man wirklich dem Kunden zeigt, hey, das ist das Wissen, was notwendig ist für den Verkauf und ich bringe dieses Wissen und all diese Schritte mit, dass die Chancen da einfach sehr groß sind. Ich denke, das sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Informationen auch für vielleicht Leute, die jetzt noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, aber auch gute Informationen, mit denen sich auch einige Leute, die eben schon länger dabei sind, auch identifizieren können und das nachvollziehen können. Was würdest du sagen, ist noch der Schritt, den du für dich jetzt noch überwinden musst, um wirklich auch, also du hast ja eben einen schon genannt, auch zusätzlich Mitarbeiterwachstum, aber um wirklich in deiner Region auch in den Olymp zu kommen. Genau, also ich denke, der nächste große Schritt für uns bedeutet einfach Wachstum. Das heißt, ich habe mich jetzt natürlich sehr stark am Anfang auf die Anfangsprozesse konzentriert. Was möchte ich dem Kunden liefern? Das heißt, mein ganzer Fokus galt erstmal den Kunden, den Verkauf, ein richtiges Vertriebssystem aufzubereiten, was einfach 100%ig funktioniert und der nächste Schritt ist einfach, welche Mitarbeiter nehme ich für mich ins Team? Das ist eine Herausforderung. Wie leite ich diese Mitarbeiter ordentlich an? Wie arbeite ich sie ordentlich ein? Damit diese Arbeit, die ich voller Passion mache, auch durch Mitarbeiter quasi auch ausgeführt werden kann, dass diese Arbeit eben dupliziert, verdreifacht, vervierfacht wird und das Team stetig wachsen kann und mit einem größeren Team ist dann natürlich ein größeres Portfolio, mehr Verkäufer, mehr Akquisiteure, mehr Marketing People verbunden und dadurch kann man sich, denke ich, aus meiner Sicht nach oben arbeiten. Sehr schön. Hast du noch eine letzte abschließende Botschaft an vielleicht die Leute da draußen, was dir noch wichtig ist, was dir noch auf dem Herzen liegt? Dann kannst du einmal das ganz kurz in die Kamera an die Zuschauer geben. An alle Makler da draußen oder alle die, die Makler werden wollen oder mit dem Gedanken spielen. Begeistert euch wirklich erstmal für das Produkt Immobilie, dann für die Dienstleistung. Fragt euch wirklich selber, möchte ich für andere Menschen 500 Prozent geben? Und wenn ihr euch das mit einem klaren Ja beantworten könnt und da vielleicht auch die richtige Hilfe an die Hand nimmt, ein gutes Coaching, ein Mentor, jemanden, der euch da einfach weiterhilft und euch darin nochmals motiviert und euch klar Aufschluss gibt, dann solltet ihr euch für den Job entscheiden und egal wie groß die Hürden sind, es ist einfach ein phänomenaler Job und wenn man da wirklich mit Passion dran ist, hat man auch Erfolg. Perfekt. Danke dir, liebe Mary. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir dich bei diesem Weg begleiten können und auch hoffentlich gut und maßgeblich unterstützen können, dass du auch deine weiteren Ziele erreichst. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer alle relevanten Informationen unten in der Infobox. Checkt das auf jeden Fall ab. Ich freue mich, wenn ihr euch in Verbindung setzt, wenn ihr euch mit der Mary identifizieren konntet, mit ihrer Situation, aber auch mit den Herausforderungen, die die Allgemeinheit betreffen, dann wie gesagt, meldet euch bei uns. Alles Relevante findet ihr unten und ich freue mich drauf.